Sie sind keine Nationalsozialisten mehr. Heute aber, Kameraden und Genossen, sind Sie Internationalsozialisten. Und ich, euer Adolf Hitler, bejahe das. Denn dafür sind wir angetreten. Die Reihen festgeschossen. Das ist ja wie früher. Denn das ist meine Idee, die ich der ganzen Welt vormache, bis alles in Scherben fällt. So wollte ich es und die Vorsehung. Deutschland reicht bis Sibirien. Braune Kommunisten, rote Nationalsozialisten, Weltanschauung für Farbenblinde. Und so habe ich beschlossen, eine E-Migration von Ja-Sagen zu begründen.